Wär das nicht, wär das nicht, wär das nicht ein Mann für mich? Ja, 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 dazu ist er da! So ein Typ aus dem Wald, groß und stark und nicht zu alt. Ja, 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 maulwurst gesammt! So ein Förster, als mein erster. Schön solide, nicht zu müde. Wär ein Knaller, vielleicht will er? Nein, nein, nein! Zu gemein, der steigt ja gar nicht ein. Das ist so schade, ach, ist so schade, das ist so... Unheimlich schade, unheimlich schade, unheimlich schade, oh, oh, oh. Du bist ein schönes Fräulein, doch du kriegst keinen Kuss. Ich streichel dir die Päckchen und damit ist auch Schluss. Warum machst du denn nicht weiter? Was wäre daran so schlimm? Das wäre die Enttäuschung für die alten Brüder Grimm. Ja, 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 das ist wirklich... Mein Gott ist Käppchen, ich weiß es alleine. Ist nicht sehr sexy, doch wen stört denn das? Schau auf mein Röckchen und schau auf die Beine. Und hör gut zu, ich verrate dir was. Acht, neun, zehn, das ist heute nicht zu sehen. Ich hab nen Itzi, Bitsi, Teenie, Winnie, Honolulu, Strandbikini. Der ist schick und er ist sehr modern. Mein Itzi, Bitsi, Teenie, Winnie, Honolulu, Strandbikini. Der gefällt ganz besonders, den Herrn. Eins, zwei. Schraégchen, Gru grand sanibel. Untertitelung des ZDF, 2020